Ooooooooh 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 Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bullshit Monday und heute schauen wir uns ein Spiel an das sich hochwirft und direkt in die Hölle runter zieht und zwar ist das GTA 5 und nicht irgendwas in GTA 5 sondern oh mein Gott irgendwelche custom maps in GTA 5 nein muss ich hier jetzt wirklich durchfahren Aua Ne Aua Aua Ne ich starte aber neu So Ich hasse diese Map jetzt schon Ich hasse es Ich hasse Hass 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 Junge Komm Ne Ooooooh Ich habe irgendwie das Gefühl dass mein Motor auch schon minimal am brennen ist ja 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 nein ja 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 nein ja 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 nein ja 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 ich schaffe es ich schaffe es ich schaffe es ich schaffe es ja ja nein wow ja you're killing it meine fräse ehrlich alle ich falls er auf der dieses junge diese map ist aber schon mal so ein richtiger arschschmerz wirklich jesus christos kann ich mich einfach gehen bitte also sterben gehen bitte einfach du hätte ruhig bleiben sollen auch auch Cool, cool. Junge, dreh dich zur anderen Seite, dreh meine Fresse. Oh Gott, oh ne, oh ne, Junge, was ist das für ein Wort, meine Fresse, nee, ah, ouch, 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 Mach das jetzt so, ist mir scheißegal. Autsch, oh Gott, cool, ne also wirklich super, ah ja, da sind wir wieder, wunderbar. Nee 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 nee! Danke! Jetzt, 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 jetzt.etta! Go, go, go!iuish puром!! Nein!! Nein! Nein! Nein!! Oh! Danke! Danke, 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 danke! Und was ist das? Ach, da geht's lang. Okay. Ich hab schon irgendein Wallride oder so. Autsch. Oh ne. Es gibt Gründe, warum Leute sterben. GTA 5 ist einer davon, Alter. Na, beziehungsweise Gründe, warum Leute sterben möchten. Einer davon ist GTA 5. Jetzt lass mich auf das No sagen. Ah doch. Junge. Wer bist du? Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Cool. Ne, wirklich. Ich wollte wirklich, dass ich jetzt mit Controller hier spiele. Okay. Ja, 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 ja. Ja, wunderbar. So. Vorsicht. Vorsicht. Nope. Oh. Ähm. 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 Alright. Ähm. Das ist ja, dass die Karte ist. Das ist ja, dass die Karte da in die Hose gehen können. Nee. All night, haha. Die. Zurück am Anfang. wieso gibt man mir auch so ein scheiß auto um sowas zu machen alles gut alles gute satan ist auf meiner seite alles gut hat ja auch mit dieses junge mag fasst das alles gut alles gut wirklich nehmen ist in ordnung ich weiß nicht wie viele leute schon an diesen an diesem wort gestorben sind einfach wirklich das wort ist ja im begriff von arschschmerzen ich kann das tatsächlich mal wieder nur befürworten es ist nee nee wirklich nee ja willst du dann oder willst du nicht oder weiß ich nicht meine fräse ja 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 bleib doch so wunderbar da sind wir jetzt auch mal angekommen haben weiß ich nicht was am weg des schmerzes im arsch wir sind noch nicht mal durch die erste alter ich habe schon elf minuten wo ist eigentlich der nächste checkpoint fucking hell war richtig war richtig Ich habe es geholfen. Hoh! Holstoff aller, ja! Checkpoint! Ja! Ja, danke! Ähm... Okay. Kein Problem. Einfach hier durch. Das sollte halt wirklich kein Problem darstellen, wirklich. Hoffe ich mal. Das hoffe ich für GTA auch nicht. Nein, äh, ne? GTA und ich sind beste Freunde und dann, äh, ne? Schlag ich GTA ins Gesicht und töte ihn letztendlich. Na genau! So! Auf zum nächsten Schmerz im Arsch! Oh ne! Oh ne 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 ne! Ne 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 ne! Äh... 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 Alles gut! Oh nein! Speedy Boy! Tchuuu! Weil's halt immer so viel gebracht hat! Oh! Alter! Alter Junge! Das war, äh, ganz knapp. Was war das jetzt? Genau! Also wenn ihr gerne wollt, dass ich, äh, wenn ihr mich gerne leiden lassen wollt... ... 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 wie das Gefühl, dass es dem Auto nicht mehr so gut geht, aber ne, genau. Meine Fresse! Springen! Ja, danke. So. Ausholen. Einlenken. Nee, nee. Äh, nee. Oh. Alter. Oh nein. Ich muss es nochmal machen. Fuck. Komm. Komm. Nein. Vor allem, wieso gibt man mir dieses Scheißauto, Mann? Das ist so fett, Alter. Es ist einfach, Junge. Es ist einfach diese Frau, die immer bei McDonalds vorfährt und sich einfach, wenn sie gefragt wird, was wollen sie alles essen, sagt sie einfach, ja. Junge, das ist dieser Pickup. Meine Fresse. Oh, nee. Junge, diese Map lässt mich schmerzende leiden, die ich vorher noch nicht zu kennen wusste. Alter. Spring! Ja. Natürlich ist der Baum massiv. Natürlich, man kennt ihn. So. Aua. Vor allem, das Ding hat so arsch wenig Leistung, Mensch. Handbremse. Oh, nee. Gut, reden wir nicht drüber. Äh, ne. Ah, zurück, wo alles angefangen hat. Hm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm, ja, danke. Wunderbar. Kommt ihr dann auch bald irgendwann mal... Oh! Ja, Checkpoint. Ja. Oh, nee, 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 nee. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Meine Fresse. Ich denke, ich hätte das sogar retten können. Aber gut. Stuck the Lightning. Achso, Y. Genau. So. Na, na, na. Ah, wahre Schmerzen. Hui. Gönch. Gönch. Vorsichtig. Komm. 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 Mann. 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 So. Anlaufnummer weiß ich nicht. Diesmal schaffe ich's. Motivation hilft. Ja, danke. Ich hab's geschafft. Ja. Brems. Danke. Danke. Nein, 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 nein. Mann. Ich hasse diese Auto, Mann. Fucking hell. Das ist halt noch nicht mal mehr ein Pickup, Alter. Das ist ein fucking LKW. Oder zumindest der geistbehinderte Bruder von einem LKW. Okay. Komm. Ja. Okay, ich glaub ich jetzt so langsam weiß ich, wie ich's machen muss. Wie weit geht das hier eigentlich? Alter. Alter. Wie weit geht das hier eigentlich? Was ich noch sowieso ansprechen wollte. Äh. Ihr könnt auch gerne solche Boards in Forza im Super 7 machen. Äh. Und könnt die gerne, äh, einsenden. Wenn ihr wollt. Ihr könnt einfach die Codes einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Dann, äh, werde ich vielleicht auch in Forza an Schmerzen am Arsch sterben. Komm. Komm. Ja, 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 wunderbar. So. Aha. Es gibt nichts mehr, was du... Oh nein, das ist ein Sprung. Ha. Alter. Äh. 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 Nee. fucking hell. So. Ach, der Looping ist nur zur Verwirrung da. Ah. Du kleiner Wichser. Komm. Komm. Ja, wunderbar, danke. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, ich respawn einfach mal, ist, glaub ich, das Beste. Und hoi. Hoi. So. Das nächste Landing. Meine Fresse. Wer auch immer dieses Board erstellt hat, Junge, er ist einfach verwandt mit Satan selber. Komm. Danke. Ja. Swing the ass around. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, nein. Oh, nee. Okay. Ich will nicht, ich will das. Stay on the gas. Stay on the gas. Stay on the gas. Gas bleiben. Gas bleiben. Gas bleiben. Nein. Au. Komm. Komm. So. Oh, noch einmal. Komm. Wunderbar. So. Da kommt schon das Nein-Schild. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass das immer dünner wird. Nein. Los. Ein. Und. Ein. Heu. Tixte Land. Das ich aber immer hier spawnen muss man. Heu. dass ich aber immer hier spawnen muss stört mich aber schon leicht minimal rette mich nein schild alter ich will nicht mehr ich will nicht mehr mann dann schildern schildern ich glaube ich handel mir gerade riesige probleme ein schildern 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 Jo, super. ich kann das nein 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 komm meine frische komm Danke. Meine Fresse. Dieser Geruch von der Lust nach Tod, Alter. Es ist krank, wirklich. Ganz vorsichtig. Ganz fuck. Also langsam geht mir das Game schon echt geisteskrank auf den Piss, Alter. Es ist... Nee. Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Ja. 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 Das ist mir hier drüber. Ja. 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 Das ist... Ja. 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 Come on. Oh nein, ich sehe die Slowdown Sticks. Nee, 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 nee. Pisst euch. Lass mich jetzt hier drüber. Los, du auch. Danke. Wie so'n scheiß Mario Level, Alter, wo du permanent Jump'n'Run machen musst. Nee. Komm, 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 mach, 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 mach. Los, los, los. Ja, 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 ja. Nein. Komm, 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 zieh dich rüber. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. So, bevor ich da jetzt aber weiter mache, ich geh grad erst mal weg, alter, ich, boah, nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.